Deckung, also Künstler weitergegen. Wir werden es im Rahmen möglichen, dass es nicht mehr geht. Kann man die da rein schlopfen? Hä, jetzt geht es doch. Wie sind denn die miteinander verknüpft? Schon unterwegs. Wie kann ich euch dienen? Schnell und präzise, so mögen wir es. Hört sich leicht an. Schnell und präzise hier. Verarschen kann ich mich selbst. Heize die Motoren! Die Effizienz von den Dingern ist halt auch. Ich freue mich. Oh, ist das alles? Feuer! Ist das alles? Nächstes ist halt in den Geschützen halbwegs stand. Und, wieso ziehe ich hier nur zwei? Das sollten drei sein. Wo ist denn der dritte? Na, ist doch wo es dritt? Oder so nicht wahr. Wo ist mein dritter? Eins, zwei. Hä? Ich bin blind, ich sehe ihn nicht. Wo ist der dritte hin? Ich habe da drei. Hört sich leicht an. Wo sind die verfluchten Maschinen sehr? Was zur Hölle machst du da hinten? Wieso bist du da überhaupt hingelaufen? Sag mal, ich habe ja nicht mal in die Nähe davon geklickt. Oh Gott. Wie kann ich euch dienen? Kümmere mich drum. Scheiße, lass mal reparieren wieder. Was ist an dem Abend bitte gut? Diese Woche war scheiße. Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Ich freue mich, euch helfen zu dürfen. Was war das jetzt? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es wirklich gar nicht wissen. Ich will es wirklich gar nicht wissen. Sie freuen mich, euch helfen zu dürfen. Ich bin bereit. Um jeden Preis. Wo sind die verfluchten Maschinen her? Angriff! Ich bin jetzt aber nicht sicher. Kann ich da hinten dann auch weiter? Kann ich da von hinten nochmal ran kommen? Ich weiß es nicht. Ich muss doch alle Ziele erfüllen. Ich glaube, das ist kein Ziel, ne? Ich würde es trotzdem gerne machen. Ich freue mich, euch helfen zu dürfen. Der Sieg ist uns gewiss. Feuer! Schön, dass sie wenigstens durch den Boden durchschießen können. Wart auf eure Befehle, Sir. Schon erledigt. Ist quasi schon erledigt. Beginne Konstruktion. Muss ich ja auch die kleine Runde vornehmen. Wie kann ich euch dienen? Ist das alles? Ich wollte mal wie Junge startet. Wieder sind Performance. So, meine, wird nicht super. Der Imperator hat überhaupt keine Macht. Würde es nicht darum gehen, möglichst viel Geld damit zu machen, dann gäbe es das Imperium wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr. Wir sind längst von den Tauern oder so überrannt worden oder von zwei Millionen anderen Dingen, die es noch gibt. Universion. Wie kann ich euch dienen? Hört sich leicht an. Lasst mich unsere Männer unterstützen. Euch helfen zu dürfen. Seid euch meiner Untergebenheit gar gerufen, Sir. Okay. Sobald ich hier Einheiten bewege, ist es größere Mengen an Einheiten bewege, wie das Frame in die Knie. Ich habe keine Ahnung warum, aber so ist es halt. Höre den Befehl aus! Ist hier irgendwas los rumlaufen oder so? Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Nee. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. So wie ich mir das wünsche, ist hier gar nichts gelaufen. Lasst mich unsere Männer unterstützen. Kümmere mich drum. Lasst mich unsere Männer unterstützen. Sie werden nie erfahren, was ihr gehört habt. Wie kann ich euch dienen? Ist das alles? Hallo, die Schnauze. Ist quasi schon erledigt. Beginne Konstruktion. Wie kann ich euch dienen? Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Ich glaube, kann ich da von hinten kommen? Vielleicht. Vielleicht habe ich Glück und ich kann von hinten kommen. Höre den Befehl aus! Ich werde euch nicht enttäuschen. Hm, so. Da sind wir noch Millionen Planeten in der Galaxie hier. Öh. Wir müssen uns zurückziehen und einen anderen Weg finden. Wir haben die Brücke verloren. Welche Brücke? Übil. Wir sind durch die Brücke. Zurückossen von diesem Abschaum. Wären unsere Basilisken bereit gewesen, hätten wir ihnen eine Lektion erteilt. Erhabene Runenprophetin, die Imperialen sind vor der Brücke in Kämpfe verwickelt und stehen unter heftigem Beschuss. Eure Befehle? Die Imperialen strapazieren meine Geduld mit ihrer Unfähigkeit. Nun gut, wir werden uns um die Orks kümmern, aber nur, weil die Zeit knapp wird. Der Tod erwartet uns bereits. Was ist jetzt schon wieder passiert? Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert ist. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich tatsächlich Probleme mit denen gehabt hätte, aber... Sagt es keinem. Sagt es einfach keinem im Arm. Ihr wünscht. Das Schicksal hat mich zu euch geschickt. Spielen mal einfach mit ihnen weiter. Soll ich euren nächsten Zug voraussehen? Ja, wieso ab nächster Woche? Die Zukunft ist vernebelt und ungelist. Was ist mit nächste Woche? Die Zukunft scheint so klar. Was ist denn nächste Woche, he? Nichts kann sich vor meinen Augen verbergen. Und was redest du? Ich wusste, dass ihr mich brauchen würdet. Das Schicksal hat mich zu euch geschickt. Wo geht's noch gar nicht? Ich weiß nicht mal welche Brücke, aber okay. Soll ich euren nächsten Zug voraussehen? Wir nehmen Schaden. Der Sieg ist uns vorbestimmt. Ich nehme nicht an, dass sie da durchkommen. Ich glaube, hier soll ich nicht lang. Ich glaube, das Spiel würde mir sagen, dass ich da nicht lang soll. Vielleicht muss ich da auch noch. Vielleicht ist halt ein Bonus. Wenn ich sie jetzt mit denen töte, muss ich dann nachher nicht mit der Imperialen Armee töten. Die Orks sind unterwegs. Die Nebel von Raum und Zeit lichten sich. Drogen lassen einfach mal nach hier spielen. Wie kann ich helfen? Was muss getan werden? Gut, ignorieren wir was auch immer da noch so ist und gehen einfach da lang. Ich sehe ihren Untergang voraus. Entschuldigung. Untergang so. Der Untergang. Mir fällt kein Witz dazu ein. Wir wollen ja nicht geschmacklos werden. War ein Witz. Nicht geschmacklos werden, ne? Bisschen zu spät, glaube ich. Die ist, glaube ich, zu spät dafür. Ich hoffe, wenn ich die Kätze spiele, habe ich bessere Einheiten als das, was es Imperium geblieben hat. Der Feind kann sich nicht von mir verstecken. Ihr Tod treibt ein, die Prophezei. Das ist ja immer noch nicht was nächste Woche eigentlich. Komm rein, schreib mir irgendwas zu gehen. Ich hasse Menschen, die dann kommen und irgendwas schreiben. Können wir nicht einfach nur gehen. Wir stehen unter feindlichem Beschluss. Die Nebel von Raum und Zeit wischen sich. Ihr könnt nicht verlangen, was ich euch freiwillig gebe. Ich kann eine Menge verlangen. Ich spüre den Feind. Sie kommen näher. Naja, wirxelt die Performance jetzt gut, weil sich nur noch sehr wenige Einheiten seit in meinem Sichtfeld bewegen. Die Nebel von Raum und Zeit wischen. Das ist aber nur jeden Jahr das Tod niemanden voraussehen. Schon kann man helfen. Würde natürlich niemand machen, so. Ich hab mal den Wack da weg. Ich hab auch keiner was zu tun. Was denn das jetzt? Ich führe selbst von der Zugehunde. Das bin ich zu faul. Es wird geschickt. Schnell den Feind. Sie kommen näher. Sie kommen durch die Explosion abgelenkt. Die Runen wurden beschworen. Nun können wir unbemerkt an ihnen vorbei. Die Runen wurden beschworen. Wir nehmen Schaden. Ähm. Was muss getan werden? Ich sehe, ich kann unbemerkt an ihnen vorbei. Ich werde erstmal beschossen. Folgt mir, Brüder und Schwestern. Ich will die Aussage suchen. Wir sind die Verkaufung des Stroms. So, hab ich noch irgendwas nicht gehört? Ich mach mir keine. Benchis. Soll ich euer nächsten Zug voraussehen? Die Zukunft ist vernebelt und ungewiss. Wir sind die Verkaufung des Stroms. Wir sind die Verkaufung des Stroms. Die Verkaufung des Stroms. Meine Kräfte geworgen euch. Das kann nicht sein. Wir wissen uns zu uns sehen. Wir wissen uns zu uns sehen. Was seid ihr denn jetzt schon wieder? Ihr seid nicht da oben rum gelaufen. Wirklich. 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 Ich glaub's einfach nicht. Das Schicksal hat mich zu euch geschickt. Wir sind bereit zur Schmerz zurückzukehren. Was muss getan werden? Ich schwör den Feind. Sie kommen her. Nichts kann sich von meinen Augen verwerten. Brennt schnell an. Greif jetzt an. Die Nebel von Raum und Zeit lichten sich. Ich wusste, dass ihr mich brauchen würdet. Wir werden unsere Vierkaufeln. Die Nebel von Raum und Zeit lichten sich. Die Nebel von Raum und Zeit lichten sich. Jaja. Ich glaub was. Ich werde diesen Rogen lassen. Ich hab' immer ge programme unsere Kälfte geworgen euch. Alles ist nun so schickt. Die Nebel von Raum ist zeitlich Ja, ich kann noch eine Einheit bauen Wollen wir jetzt da mal dort Es ist doch schön, wenn die jetzt einfach da oben stehen bleiben, jetzt wo da nichts mehr ist Leute, Leute, wo geht ihr schon wieder hin? Was muss getan werden? Der Weg liegt klar vor mir Ich spüre den Feind Sie kommen näher Ich ziehe in den Krieg Geschafft es dann noch alle weg zu kommen, bis der Feind da ist Bin ja eher skeptisch Bin ja doch eher skeptisch Das war ein anderes Gefühl, kein Rad, aber okay Ich bin mir nicht sicher, ob die KI mit dem Rad lag Ich bin mir nicht Bin mir nur ausgebaut Ach so, die Zukunft ist vernebelnd und ungewiss Da war ja was Ja, Details Ja, das ist der Weg Von Raum und Zeit lichten sich Ein guter Vorschlag Alles ist an seinem Platz Es wird nun Zeit, unseren Zug zu machen Wieso spielen wir Schach Wieso spielen wir Schach? Hoffentlich nicht Ich könnte mal wieder Schach spielen Hm Na Feindlicher Beschuss Was Ist das da die Brücke, die ich verloren habe? Hier ist gar keine Brücke In der Höhle Ah Die Runen wurden beschworen Alles ist nun so klar für mich Die Nebel von Raum und Zeit lichten sich Die Nebel von Raum und Zeit lichten sich Zeigen wir ihnen das Antlitz ihres Todes Natürlich Da ist über der Fluss, dem ich mich ganz langsam genäht habe Es wird geschehen Es wird geschehen Die Runen wurden beschworen Ja, dann wird er auch gar mehr ablenken, ne? Es wird geschehen Bin ich jetzt irgendwie erwartet Alles ist an seinem Platz Jetzt wird Graffiti aufgespült Diese Jugend Gar kein Respekt mehr vor Eigentum Was soll denn das? Was soll denn das? Ihr Tod trat ein wie prophezeit Alles ist nun so klar für mich Folgt mir Brüder und Schwestern Euer Rat ist weise Nein Wenn ich mich führe ist gar nichts weise Aber Details Was fliegt denn da die ganze Zeit rum? Ach das ist von der alten Schön, dass ihr euch wunderbar aufgeteilt habt Das kommt gut Inwiefern haben die mir jetzt irgendwelche Probleme gemacht Was ist das Spiel selbst nicht so genau richtig? Ich habe das auch irgendwo Ich glaube das ist nicht so wichtig Was soll ich doch noch? Ähm Hier wird man immer einen aller einen angreift Wo ist denn jetzt mal noch? Oh oh Ich bin noch ein Trink drin Ich bin noch ein Trink drin